Einen wunderschönen guten Morgen! So, Leute, jetzt ist der Test fertig und Fischer tut noch immer, weil er den falschen Zettel kriegt oder so. Leute, abonniert Housemaster, vertraut mir, seine YouTube-Videos sind so gut, seine, seine. Super Bearbeitung, super geschnitten, super Musik im Video, so deutlich so, super Musik in den Videos, seine Video-Themen sind doch die besten, die man haben kann, ich sag's euch ehrlich, man, ich sag euch ehrlich, heute fresher Tag, man, fresh, fresh, 7000 Grad draus waren, ihr wisst Bescheid, man. Ah, ich hab meinen Ellbogen, ich hab meinen Ellbogen angehaut, gang gang. Zwei Minuten, drei Minuten. Ja, mann. So, Leute, jetzt stehen wir da beim Hofer, aber da drüben bei Mecki, da geht's zu wie in einem Schweinestall. So, da, Mittagspause ist vorbei, jetzt haben wir wieder Systemtechnik, macht natürlich Sinn, und ja, let's go. Nix. Wenn er hohen wird, wird der Widerstandswert größer. Größer. Erinnert euch daran, ich hab euch gesagt, das ist der Grund, warum Kühl-Lampen in der Kälte vorliegen, beim Einschalten kaputt werden. Wenn der Draht kalt ist, der Widerstandswert des Drahtes klein ist, und bei konstanter Spannung der Strom dadurch größer wird. U ist R mal I. Ja, okay. Sind wir live im Studio? Ja, natürlich. Immer wieder. Komm, live bei H.T. in Donenstadt. Ja. Ach, bitte, wenn du ausziehst, das ist zu erlaubt. Es ist mir jetzt aber ziemlich wurscht. Komm, live bei H.T. Undgang-chair. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020